In Gedenken an Chester Bennington Der sich, wenige Tage bevor ich dieses Buch beendet habe, das Leben genommen hat Und der mich und viele andere mit seiner Stimme und seinen Songs durch die Dunkelheit geleitet hat Ich schmeckte Blut Mit einem stummen Fluch nahm ich die Hand von meinem Mund Und betrachtete den Nagel, den ich bis zum Fleisch abgekaut hatte Eine Blutperle bildete sich auf meiner Haut, ehe sie als Rinnsal meinen Daumen hinablief Verdammt, murmelte ich Und sah mich hinter der Ladentheke nach etwas um, mit dem ich die Blutung stoppen konnte In einer Schublade unter der Kasse fand ich einen ausgefransten Stofffetzen Ich wickelte ihn um die Wunde und ballte meine Hand zur Faust, den Daumen eingeklemmt Eigentlich kaute ich nicht an den Nägeln Aber in letzter Zeit konnte ich mir nicht anders helfen Ich musste etwas tun Irgendetwas, um mit dieser Unruhe in mir klarzukommen Außerdem hatte der pochende Schmerz in meinem Finger auch etwas Gutes an sich Er erinnerte mich daran, dass ich am Leben war Mal sehen, wie lange noch Flüsterte eine Stimme in meinem Hinterkopf Und mein Blick zuckte nervös zu der Wanduhr, die über dem Eingang des Kram hing Seit Frieda den Laden vor gut zehn Jahren eröffnet hatte Die Sonne würde in einer Stunde untergehen Und ebenso wie das Tageslicht Schwand allmählich auch meine Hoffnung Doch was hatte ich erwartet? Hatte ich ernsthaft geglaubt, jemand würde mich von der Pflicht befreien, die mir in die Wiege gelegt worden war? Ich war als Bändigerin geboren worden Und würde als Bändigerin sterben Wenn ich nicht aufpasste Vielleicht schon heute oder morgen Wenn ich Glück hatte, erst in dreißig oder vierzig Jahren Aber eines war auf jeden Fall gewiss Dass die wenigsten Bändiger ein langes und erfülltes Leben führten Dafür sorgten die Monster, die jenseits der Stadtmauer von Praha lauerten Ich atmete tief ein, bis die Luft in meiner Lunge spannte Verdrängte all meine Sorgen und Ängste, die mit der heutigen Nacht zusammenhingen Und beschloss mich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren Ich konnte ohnehin nichts mehr an meiner Situation ändern Auf der Suche nach Ablenkung sah ich mich im Kram um Der Laden meiner Stiefmutter war mit den Jahren ein zweites Zuhause für mich geworden Die niedrige Decke und die steinernen Wände waren mir ebenso vertraut Wie die unzähligen Regale, die mit den Überresten von Monstern bestückt waren Flaschen, gefüllt mit schwarzem Blut, heiten sich auf den Brettern aneinander Daneben standen Körbe mit Hufen von Knochenträgern und Stacheln von Blutgängern Traumfänger, die aus den Federn von Dunkelwebern geflochten waren Und als Talismane verkauft wurden, baumelten von der Decke und wogten sanft im Wind Der sich durch die Ritzen im Mauerwerk drückte Und nirgendwo lag auch nur ein einziges Staubkorn Dafür hatte ich in den vergangenen Stunden gesorgt Alles stand in Reih und Glied am richtigen Platz Ich hatte sogar die verblassten Etiketten der Hovno-Dosen nachgezeichnet Die seit jeher im hintersten Teil des Ladens lagerten Angeblich besaßen sie eine heilende Wirkung und verlangsamten den Alterungsprozess Aber ehrlich gesagt sah ich mit vierzig lieber aus wie siebzig Bevor ich mir Schattenläufer-Exkremente ins Gesicht schmierte Das verträumte Klimpern des Windspiels, das neben der Eingangstür angebracht war, erklang Und ein Windstoß wehte mir das blonde Haar ins Gesicht Ahoi, Kayla, sagte Marek zur Begrüßung und kam durch den Laden auf mich zugeschlendert Seine Wangen waren gerötet von der Arbeit in der Waffenschmiede, die zum Laden gehörte Und von meiner Mutter geführt wurde Schweißperlen glänzten auf seiner Stirn und liefen ihm vereinzelt das Gesicht hinab Über den Hals bis in den Kragen seines Hemdes, das von Roos und Asche verschmiert war Harter Tag? Ich löste den Stofffetzen, den ich noch immer um meinen Daumen gewickelt hatte, von meinem Finger Und warf ihn Marek zu Die aufgekaute Stelle an meinem Nagel hatte inzwischen aufgehört zu bluten Geschickt fing Marek das Tuch auf Dabei blitzten die silbernen Ringe an seinen Fingern im Schein der Lampe auf Er betrachtete den roten Fleck auf dem Stoff skeptisch, bevor er seine Finger daran abwischte Du bist unverbesserlich, erklärte er, ohne auf meine Frage zu antworten Ich bin nervös Dafür gibt es keinen Grund Ich wedelte mit der Hand vielsagend in Richtung des Regals mit den Zähnen und Klauen Du machst dir also keine Sorgen darum, dass mir irgendein Monster heute Nacht das Fleisch von den Knochen nagen könnte? Fragte ich nur halb im Scherz, denn der Gedanke an die Kreaturen ließ mich erschaudern Mir wurde einmal mehr bewusst, dass ich schon bald das erste Mal in meinem Leben die Sicherheit der Stadt verlassen würde Um eines dieser Monster für mich zu beanspruchen Ginge es nach mir, würde ich mich diesen Monstern auf hundert Fuß nicht nähern Doch dank den Genen, die mir mein Vater vererbt hatte, blieb mir nichts anderes übrig, als die Bändigerin zu werden, die ich nicht sein wollte Nein, versicherte mir Marek mit fester Stimme und einem Lächeln Noch vor zwei Jahren war dieses schüchtern und unbeholfen gewesen, aber mittlerweile wirkte es selbstsicher und entschlossen Es war nichts mehr von dem dürren Jungen mit den zottligen Haaren aus dem Waisenhaus zu erkennen, den meine Mutter und Freda bei sich aufgenommen hatten Heute überragte mich Marek um einen halben Kopf, hatte Muskeln von der harten Arbeit in der Waffenschmiede Und das Brauen seiner Haare war nur noch zu erkennen, wenn er sich den Schädel nicht gerade frisch rasiert hatte Jakob und Benedikt werden nicht zulassen, dass dir etwas zustößt Aber bei Milos haben sie es zugelassen Ich sprach meinen Gedanken nicht aus Wir hatten diese Diskussion schon in Hunderten von Varianten geführt und kamen immer nur zu der Einigung, uns nicht einig zu sein Marek war mutig, ich nicht Er wollte etwas in dieser Stadt verändern Ich nicht Er hatte Vertrauen in meine Fähigkeiten Ich nicht Egal wie oft er mir das sagte Ich schaffte es nicht, das Selbstbewusstsein heraufzubeschwören, das scheinbar all die anderen Bändiger verspürten Sie freuten sich auf heute Nacht und machten sich keine Sorgen darum, was passieren könnte, würden sie die Kontrolle über ihr zukünftiges Monster verlieren Ich hingegen konnte an nichts anderes denken Und noch mehr als meinen eigenen Tod fürchtete ich, Unschuldige zu verletzen, wenn ich nicht stark genug war, um das Ungeheuer in Schach zu halten, das ich in die Stadt bringen würde Was machst du eigentlich hier? Brauchst du was? fragte ich Marek, um das Thema zu wechseln Darf ich meine beste Freundin etwa nicht besuchen? Nein, antwortete ich plump, aber mein Tonfall war neckisch Pah, ich hoffe, ein Blutgänger frisst dich auf Dir ist schon klar, dass du dann hier aushelfen musst? Er hasste es, im Kram zu arbeiten Man konnte nichts tun, außer auf Kundschaft zu warten oder zu putzen Er verzog das Gesicht zu einer Grimasse Okay, dann vielleicht doch nicht Dachte ich mir doch Ich grinste ihn an Aber jetzt sag schon, brauchst du etwas? Marek schüttelte den Kopf, wobei die zahlreichen Ringe in seinen Ohren gegeneinander stießen und leise klirrten Ich wollte dir für heute Nacht nur viel Erfolg wünschen, erklärte er und trat noch etwas näher an die Theke heran Er roch nach Rauch und Metall Mach dir nicht so viele Gedanken Bleib locker und vertrau deinem Instinkt Ein Geräusch, das irgendwo zwischen einem Lachen und Schnauben lag, entfuhr meinen Lippen Mich von meinen Instinkten führen zu lassen, war das Letzte, was ich wollte Die Monster ließen sich von ihrer animalischen Seite treiben Da wollte zumindest ich bei Verstand bleiben Ich verzichte Wenn du meinst Aber wenn du nicht aufhörst, dir ständig über alles den Kopf zu zerbrechen, wirst du noch frühzeitig runzlig werden Er streckte seinen Zeigefinger in mein Gesicht und berührte damit die Falte zwischen meinen Augenbrauen, die es sich dort in den letzten Monaten gemütlich gemacht hatte Lass das! Ich schlug seine Hand weg Marek seufzte Ich will damit nur sagen, was auch immer heute passiert Du schaffst das Du bist dazu geboren worden, eine Bändigerin zu sein Es liegt dir im Blut Denk an all das, was du in Zukunft leisten kannst Es wird Zeit, dass jemand wie du das System aufmischt, damit die Dinge in dieser Stadt endlich mal wieder anders laufen Die Hoffnung, die in Mareks Worten mitschwang, sollte mich ermutigen Stattdessen fühlte ich mich wie ein Vogel mit gebrochenen Flügeln Unfähig, das zu tun, wofür ich geboren war So sehr ich es auch versuchte Der Bruch war da, unheilbar Meine Knochen von der Erinnerung an Milos zertrümmert Das erneute Klimpern des Windspiels rettete mich davor, Marek eine Antwort geben zu müssen Ich erwartete meine Knochen Ich erwartete meine Knochen Einergene